Musik 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 Wenn ich das dritte Bier im Ostenpark gefunden habe, dann werde ich mir doch eins gönnen, denn mit einem darf man ja fahren, obwohl es ist ja schon ganz schön kalt, das friert noch immer. Und auf der Rückfahrt ziehe ich mir die Handschuhe an und lasse das filmend sein, der Ostenpark. So eine schöne Bank, von hier aus werde ich meine Suche starten. Hier gibt es ja einige Bäume. Nächste. Das lacht mich schon an. Ein Blanche Fräse, ein Erdbeer Blanche, ein Weißbier, Blanche heißt Weißbier, aus Spar 3,6 Prozent und ein 33 Zentiliter Fräsch. Weißbier. 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 Musik Für welche soll ich mich entscheiden? Eine Grisette mit Waldfrüchte. Es ist ein Pulsar. Sehr lecker. Sehr lecker.